Ja, Freunde, danke, dass ihr wieder dabei seid. Scouting Special hat euch hoffentlich gefallen im letzten Part. Ich bin jetzt ja schon am Folgen vorproduzieren, damit in der ganzen Urlaubszeit alles wie geplant online geht, habe ich eh schon erwähnt. Einmal erwähne ich es noch kurz. Und ja, das Scouting Special war für mich jetzt ganz nett. Mir ist nur jetzt danach noch aufgefallen, dass wir eigentlich Asien komplett ignoriert haben. Und deswegen würde ich sagen, dass wir jetzt vielleicht noch schnell, bevor wir hier ins Topspiel gegen Anderlecht starten, nochmal schnell nach Asien schauen. Und zwar nach Japan, China, Südkorea und ja, einfach die wichtigsten Nationen hier vielleicht noch durchschauen. Japan natürlich immer interessant, was New Giants angeht. Ich hatte mal einen vor vielen, vielen Jahren, der mir große Freude bereitet hat bei meinem Wacker Innsbruck-Safe in Österreich. Das war ein Stürmer mit einem sensationellen Abschlusswert, der mich halt in die erste Liga geschossen hat und mit dem ich dort auch viel Freude hatte. Deswegen werde ich hier einfach die U-Nationalteams durchscouten. In Japan machen wir das, dann machen wir das natürlich auch in China. Wo ich jetzt ehrlich gesagt nicht weiß, da ist wenig. Da ist wirklich wenig. Aber rein von der Qualität her, das ist schon die erste Mannschaft. Ist ja spannend, wie jung die eigentlich ist. Bis auf ihn hier, wenn wir mal alle hier durchschauen. Ich kann nicht genau sagen, also chinesische Talente würde ich grundsätzlich mal ein bisschen schwächer einschätzen. Aber nur vom Gefühl her kann ich jetzt nicht natürlich für alle sprechen hier. Dann sind wir jetzt noch in Südkorea. Das gaut ich den einen von Manchester City mit. U23. U20. Da haben wir auch welche. Und U19. Passt. Gut. Dann haben wir das jetzt gemacht. Und dann schauen wir jetzt zum Spiel gegen Anderlecht. Topspiel. Wir haben die Aufstellung schon gemacht. Im vorletzten Part eigentlich schon. Die Neuverpflichtung Danilo, äh Danilo Andado Pereira auf der Innenverteidigerposition. Heute noch nicht im Kader. Ist erst frisch zu uns gekommen. Dementsprechend lasse ich ihn noch unten. Und ja, wir spielen eigentlich mit unserer besten Formation. Und dann bin ich jetzt wirklich gespannt, ob es uns im Topspiel gegen Anderlecht gelingt. Ja, den großen Club von der Tabellenführung zu verdrängen. Wobei, von der Tabelle ganz oben verdrängen können wir sie gar nicht. Ich glaube nämlich, die sind zu weit vorne. Aber schauen wir uns die Ausgangssituation einfach hier gleich nochmal an. Da sehen wir Anderlecht mit dem Kader. Und die Tabelle. Ja, die sind 48 Punkte. Also die sind ordentlich vorne. Wir könnten natürlich drei Punkte aufholen und haben noch ein Spiel weniger. Aber im Endeffekt, also realistisch ist es jetzt nicht unbedingt, dass wir den Meistertitel in diesem Jahr holen. Also ich möchte gegen Anderlecht punkten. Ich denke, das sollte unser Anspruch sein. Aber ja, alles andere lassen wir auf uns zukommen. Wichtig ist, dass wir jetzt dann in diese oberen Playoffs einziehen. Dass wir das jetzt bald mal fixieren. Dann haben wir unser Saisonziel erreicht. Und dann schauen wir uns den Rest einfach gemütlich an. Für das internationale Geschäft möchte ich mich natürlich qualifizieren. Das ist abseits. Ja. Sie tritt auch die Fahne oben. Aber haben sie schön zu Ende gespielt, muss man sagen. Der war ganz, ganz schwierig zu verteidigen. Ich passe in die Mitte vor allem. Schauen wir mal, wie deutlich das wirklich war. Ja. Guter Meter, vielleicht eineinhalb, die hier da vorne ist. Und damit zu Recht kein Tor. Marcus Poglu. Petino. So, Adelgard. Geht gut nach innen. Wir lassen den Ball super schnell laufen. Der Platz sicherlich auch recht schnell durch den Regengrad. Petino. War immer wieder gut nachgesetzt, aber jetzt ist er leider weg. Und jetzt spielt Anderlecht schön nach vorne. Carstensen klärt fürs Erste. Cuesta. Petino muss ihn in der Situation unter Kontrolle bringen. Das hat er jetzt nicht gut gemacht. Dann kommt der Pass in die Tiefe auf Amuzu. Ich mache jetzt folgendes. Ich stelle beide Flügelverteidiger auf Verteidigen. Das war jetzt schon zum zweiten Mal, dass sie uns mit diesen tiefen Pässen aufgerissen haben. Die gegnerischen Flügel. Und wenn wir auf Verteidigen sind, dann sind sie eher auf einer Höhe mit den Innenverteidigern. Dann fällt es den Gegnern auch etwas schwerer, diese Pässe in die Tiefe zu spielen. Elfte Minute Dreier mit der Ecke. Jetzt hat es Anderlecht ziemlich in der Hand, muss man sagen. Und der wird abgefälscht, gibt den nächsten Eckball. Carstensen kriegt ihn geklärt. Und der Distanzschuss ist harmlos. Aber Anderlecht drückt gewaltig. Sechs Abschlüsse schon. Wir haben so viel Ballbesitzer, aber können da im Endeffekt gar nichts damit anfangen. Vielleicht jetzt mal per Standard-Situation 21. Ecke Charlie Petino. Tan Longo. Paolo. Tor aus dem Nichts. Wir gehen in Führung. Fünftes Saisontor. Marcus Paolo, der momentan jetzt so ein bisschen in Form kommt. Und das ist ein richtig schöner Treffer. Petino mit der Ecke. Tan Longo mit der guten Übersicht. Und Paolo ganz schwierig für Torhüter. Jay Gorter im Tor. Denn da waren so viele Leute im Weg. Effekted Goalswert 0,1 finde ich super. Ah, Petino. Sowas darf nicht passieren. Adelgaard holt in sich. An Longo. Mit dem Pass rechts raus. Mondi, Carstensen, Dekresant. Mondi, Petino und Moriba. Die Adelgaard mit dem kleinen Schubser. Da wird jetzt aber tatsächlich angeschaut, ob das vielleicht Elfmeter ist. Es gibt keinen Elfer, aber es gibt den Freistoß. Tatsächlich sagt der Schiedsrichter, das war zu viel. Wundert mich ein bisschen, aber gut. Zum Glück ist nichts passiert. Dekiri rechts raus auf Dekresant. Super Mitnahme des jungen Talents. Super rübergelegt und Petinos Abschluss gerade noch von Gorter zur Ecke geklärt. 33 Minuten gespielt. Ecke Petino. Mondi. Wieder Gorter. Also man muss sagen, wenn wir nach vorne kommen, dann brennt sie jedes Mal. Was in die Tiefelf? Sekiri. Moriba. Und wieder abgefälscht. Also jetzt haben wir zumindest unsere Offensivaktionen. Das ist schön. Und Mondi aus dem Netz. Richtig gefährlicher Kopfball. Guter Spiel bisher von Mondi. So, Petino. Dann Longo. Da ist klar. Ja, ich weiß nicht, ob Sekiri nicht im Absatz war, aber ich glaube, dass Gendry, der Rechtsverteidiger, das aufgehoben hat. Und dementsprechend gibt es die Ecke. Der Tino und Wiedermondi. Den kriegen sie überhaupt nicht in den Griff bei den Standard-Situationen. Der hat halt auch Punkthöhe 16. Dekresant hat sich den 10 verstaucht. Das ist mir auch passiert. Unangenehm auf jeden Fall. Rado ohne Probleme. Da könnte man jetzt rechts außen dann Visconti bringen für Dekresant. Er war heute eine ganz gute Partie. abliefert. Dekresant. Und da ist Sekiri. Jetzt wird eingeblendet kein Elfmeter. Das ist noch von vorher. Irgendwie ein Bug. Und wir gehen 2-0 in Führung. Tatsächlich nicht wirklich verdient. Schon gar nicht in der Höhe. Aber ja, andererseits. Die letzten Minuten haben halt eindeutig uns gehört. Also so gesehen. Das haben sie echt schlecht verteidigt. Dekresant bringt den Super in die Mitte. Und Sekiri ist komplett frei. Jetzt hat Paolo auch was abgekriegt. Beide Flügel angeschlagen. Ich bin zufrieden. Wir müssen jetzt aber leider beide Flügel wechseln. Rasmus links außen. Visconti rechts außen. Wobei Visconti haben wir ja gesagt. Ohne Ball hat er auch einen super Wert. Dass man den durchaus als Raumdeuter spielen lassen kann. Die Frage ist, ob wir hier beide auf Attack nehmen. Ich würde Rasmussen vielleicht auf Support stellen. Damit wir hier ein bisschen defensiver sind jetzt. Und ja. Mein 2-Wechsel reichen glaube ich für die Pause. Seien wir mal dabei. Adelgard mit dem Einwurf. Patino. Wieder Adelgard. Rasmussen. Sekiri. Vesta. Moriba mit dem Pass in die Tiefe. Kommt leider nicht an. Adelgard legt ihn gut rüber. So. Da haben wir jetzt Visconti in der Partie. Super Pass auf Moriba und Gorta mit der starken Parade. Hecke Moriba. Ich bin richtig zufrieden jetzt muss ich sagen. Also die Umstellung der beiden Flügelverteidiger auf Verteidigen hat uns jetzt defensiv tatsächlich Stabilität gebracht. Ihnen ist es nicht mehr gelungen an diese Pässe in die Tiefe zu spielen, die sie so gut gemacht haben in der Anfangsphase. Und zugleich dann vorne Eiscard. Das ist schon unfassbar stark. Patino muss da aufpassen. Er macht es aber super in der Situation, dass er ihn so weit weg klärt. Er kommt zwar sofort wieder zurück, aber... Boah. Aber Absatz. Aber er ist hier kein Risiko eingegangen. Das war mir jetzt vor allem wichtig in der Situation. 61. Adelgard mit der frühen Flanke. Visconti kommt nicht dran. Holt ihn sich aber wieder. Legt ab auf Carstensen. Moriba aus der Distanz. Der war auch nicht ungefährlich. 61. Minute. Also jetzt haben wir es mittlerweile wirklich verdient. Muss man schon sagen. Ich glaube, Patino ist dann ein Wechselkandidat. Leistung ist jetzt nicht so super überzeugend. Da bringen wir mal Sengu auf die Zehen. Theoretisch könnte man aber auch Kraus bringen. Das wäre eigentlich fast besser. Was der Junge gleich wieder Einsatzzeit kriegt. Der wird ja sowieso dann in die Mannschaft kommen. Jetzt dann früher oder später als Stammspieler. Dann Longo hat eine gelbe Karte kassiert. Der muss natürlich aufpassen. So, Rasmussen. Der legt ab auf Visconti. Und der Pass auf Sekiri kommt leider nicht an. Dann Longo macht es gut. Kraus auf Moriba. Und Moriba versucht es wieder mal. Nächste Chance. Moriba mit der Flanke. Kraus. Super von Kraus. Und Rasmussen mit dem Abschluss. Auch nicht ungefährlich. Weil wir sind in der 82. Wir haben noch zwei Wechselphasen und noch zwei Wechsel. Das heißt. Renato Martins könnte man natürlich noch bringen. Das junge Talent. Den könnte man auch rechts am Flügel bringen. Jetzt zwar nicht super stark. Aber würde schon passen. Ich überlege gerade noch. Also Tan Longo möchte ich rausnehmen. Dass man da vielleicht mal Masengo bringt. Und bringt es uns Martins für Sekiri. Rechts außen. Wobei der. Hat eigentlich auch einen guten Ohne-Ballwert. Aber ich würde sagen. Dass wir den auf Flügelsupport nehmen. Und damit werden wir von der Ausrichtung her. Jetzt auch noch ein bisschen defensiver. So wie es kommt. Die klärt ihn gut nach vorne. Man muss schon sagen. Die belgische Liga ist wirklich super. Um Talente zu entwickeln. Ich meine. Das Spiel gegen Anderlecht. Ist jetzt vielleicht nicht optimal. Um da junge Spieler spielen zu lassen. Aber beim Spielstand von 2 zu 0. Und die Jungs sind gut. Kann man schon mal machen. Aber allgemein. Hast halt auch viele Gegner. Die. Wenn du jetzt richtig gute Jugendspiele hast. Wo du halt. Trotzdem dann deutlich überlegen sein kannst. Das ist ja schon ziemlich cool. Rasmussen macht es super. Kraus hat Platz. Kraus macht es stark. Wurde abgewährt von Gorta. Moriba. Gut geklärt von Yasiki. Nochmal verklickt. Zeitspiel. Wir haben es bald geschafft. Wir haben bald Anderlecht geschlagen Leute. Ecke müssen wir noch überstehen. Aber wir haben jetzt 2 Tore Vorsprung. Rado ganz sicher. Sehr souverän unsere Nummer 1. Die letzten Sekunden laufen. Wir werden also hier Anderlecht tatsächlich im Topspiel besiegen. Mich überrascht zwar ein bisschen. Aber es war verdient. Im Endeffekt haben wir die ersten 20 Minuten richtig zu kämpfen gehabt. Danach haben wir umgestellt. Und ab dem Zeitpunkt war es einfach eine sensationelle Vorstellung der Jungs. Hätte im Endeffekt dann vielleicht sogar noch deutlicher ausfallen können. Damit sind wir wieder auf Platz 2 für den Moment. Wir haben sogar noch ein Spiel in der Hinterhand. Das heißt wir können den Abstand auf Anderlecht noch weiter verkürzen. Was schon eine richtig coole Geschichte ist. Also da bin ich jetzt extrem zufrieden. So. Wir spielen gegen Klub Prüge am 3. Februar. Das heißt wir haben jetzt eh noch Pause. Der wurde abgelehnt. Den können wir leider nicht zum Probetraining nehmen. Scouten werden wir ihn. Dann kommen jetzt ein paar andere ablösefreie Jugendspieler aus unserer Scouting-Folge. Degressant 6 bis 8 Tage. Marcos Poulo zum Glück nicht lange. Das heißt Degressant wird eventuell jetzt fehlen. Da sind jetzt die jungen Spieler dabei. Die schauen wir uns dann am Ende an. Und Ferro wird uns jetzt mal verlassen. Wir haben ja noch angefragt wegen mehr Budget. Das brauchen wir vor allem jetzt auch um diese Scouting-Dinge abzudecken. Das wäre eigentlich ein Rechts. Den werden wir vielleicht für rechts hinten in Betracht ziehen. Falls Carstensen geht. Falls Carstensen geht. Ja ich hoffe eben dass wir noch ein bisschen mehr Budget bekommen. Weil unsere Scouting-Aufträge jetzt mit dem New-Gen-Scouting von dem letzten Part. Die werden teuer. Die gehen ins Budget. Die sind ordentlich intensiv. Und Cepedro wird ja auch noch gehen. Damit werden wir auch noch ein bisschen Geld reinkriegen. Ich war ja übrigens für diejenigen die mir auf Instagram folgen haben das eh vielleicht mitbekommen. Beim Spiel Sturm gegen Porto. Testspiel in Graz. Und da hat Cepedro in der Innenverteidigung gespielt bei Porto. Habe ich irgendwie ganz cool gefunden. So Munoz ist bei uns zum Probetraining. Spielt aber gleichzeitig 90 Minuten bei Kolumbiens U20. Also so wirklich da ist er nicht bei uns. Bei Venezuelas U20 sorry. Ah der dürfte nicht so stark sein. Aber warten wir mal ab. So Trainingsplan wurde hier ein bisschen angepasst. Also da sind anscheinend ein paar junge Spieler auf Länderspielreise. Hoffen wir, dass uns da niemand fehlt. So. Da haben wir auch einer der rechts hinten helfen könnte. Falls Carstensen wirklich gehen sollte. Baringa. Kann man auch mal scouten und auf die Auswahlliste setzen. Wir brauchen ja sowas wie eine Art Schattenkader mehr oder weniger. Der ist eigentlich auch unfassbar stark. Dafür, dass der ablösefrei ist. Ich nehme den mal auf zum Probetraining. Für die Zukunft. Dinamo Zagreb mit einem Angebot für Mondi. Er hätte Interesse. Ich habe aber eigentlich keine Lust Mondi abzugeben muss ich sagen. Also ich finde, dass der, ja hier sieht man sie, national und international abliefert. Da lehne ich einfach ab. Schauen wir mal, ob er jetzt damit unzufrieden ist. Aber ich schätze mal nicht. Schauen wir mal. So. Leider hält sich Alkma hier den Rechtsverteidiger von der Eintracht. Und Nijmegen möchte noch eine Woche verschieben, weil sie im Moment immer noch nicht das Geld haben für den Transfer von Touré. Ich lehne das jetzt ehrlich gesagt ab, weil das ist jetzt schon das zweite Mal. Dann muss er halt woanders hin. Also ich hoffe, wir finden dann trotzdem noch was. Seppetro entscheidet sich für Verbleib. Gut, dann verschieben wir ihn in die zweite Mannschaft. Dann werde ich ihn nur nochmal anbieten. Touré müssen wir auch nochmal anbieten. Ich hoffe, dass das gelingt auf Leihbasis. Aber für den noch einen finden. Und bei Seppetro müssen wir jetzt eben schauen. Also, Summe haben wir eigentlich eh keine angegeben. Auch die Spielervermittler bringen nix. Okay, das ist krass. Die Petro kriegen wir irgendwie nicht los. Vertrag läuft noch bis 2,29. Okay, wir kriegen nicht mehr Geld. Das ist eher schlecht. Da hat man einen netten Innenverteidiger aus Griechenland. Er ist auch stark. 1,56 groß. Das ist mir zu klein. Ein bisschen Körperlichkeit braucht man. That's what she said. So. McKenzie vorwechsel. Leihangebote für Pedro. Da schauen wir jetzt mal kurz durch. Da hat man eine Vermittlergebühr. Hier haben wir einfach ein Leihangebot von Venedig. Ohne irgendwas. Das ist ein wirklich bescheuertes Angebot, sage ich ganz ehrlich. Und hier haben wir FC Wallendarm. Die würden zumindest 11.000 im Monat zahlen. Danach Kaufverpflichtung. Die finde ich gut. Die würde ich auch nicht mehr verhandeln. Aber vielleicht kriegen wir es noch hin, dass sie uns ein bisschen Gehalt zahlen. Ja, 60%. Damit könnte ich gut leben. Schauen wir mal, ob das was wird. Damit verschieben wir natürlich die Transfererlöse ins nächste Jahr. Ja, aber wir werden mal sehen. Visconti auch noch verletzt. Drei Wochen. Das ist bitter, weil er ja auch Degressant angeschlagen ist. Jetzt wollte ich Visconti eigentlich recht spielen lassen. Aber hilft nichts. Also den können wir von der Auswahl des Standes entfernen. Scheint nicht gut genug zu sein. Der ist auch nicht gut genug. Bruno Fuchs, Innenverteidiger von ZSK Moskau. Sehr gut. Brandon Aronson, da läuft der Vertrag aus. Fand ich auch immer cool. Muss ich sagen. Bei Lester. Also Lester ist interessiert. Bei Leeds ist er. Packen wir ihn vielleicht mal die nächsten 6 Monate auf die Auswahlliste. Für den Fall, dass er doch nicht gehen sollte. Biet mit einem Angebot für Marecic. Nächstes Angebot für Mondi. Der hat aber kein Interesse mit Osiak zu sprechen. Leihenangebote für Cepedro. 12.000 im Monat. Auch hier mal wieder Kaufverpflichtung. Ich sage jetzt mal nach 5 absolvierten Spielen und 60% Gehalt. Damit wir hinkommen da, wo auch die anderen sind. Das ist okay. Und was haben wir noch? Die Hearts. Da bleiben wir ganz ähnlich. 60%. Nein. Keine Kaufoption. Sondern eine Kaufverpflichtung geht auch nicht. Wieso kann ich die jetzt nicht mehr? Oder sie wollen keine. Das kann natürlich auch sein. Ja, dann müssen sie 100% des Gehalts zahlen. Achso, die Ratenzahlung, die muss ich noch raustun. Dann geht es glaube ich mit. Nein, geht es auch nicht. Kaufoption. Eigentlich ist alles draußen. Ja, okay. Das ist aber ein gutes Angebot. 2 Millionen Ratenzahlung. Nochmal 2. Das wäre eigentlich ein Hammer. Wenn sie es halt auch wirklich. Wenn sie es dann halt auch wirklich ziehen, die Option. Nijmegen. Eine Laie von Touré. Das schaut gut aus. Aber das sind halt wieder die gleichen. Das wird wahrscheinlich wieder nichts. So, da haben wir jetzt einen iranischen Verteidiger. 18 Jahre jung. Ganz nett. Hier keine Angebote für Cipetro. Vielleicht mit ihm reden, ob er selber einen neuen Vertrag vereinsuchen möchte. Damit ist er einverstanden. So, Noah Liminar. Auf der Leihliste. Und auch ablösefrei. Für den Sommer. Da haben wir hier Ratenzahlung und Kaufverpflichtung nach 5. Vielen im Idealfall. 60% abgelehnt. Ich bin gespannt. Ich hoffe, dass wir jetzt da bald mal Klarheit haben, was diesen Transfer angeht. Weil der nervt mich jetzt schon, um ehrlich zu sein. So. Ratenzahlung und Kaufoption wieder nur. Bei Kaufoption möchte ich 100% Gehaltsübernahme haben. Und Jacques erwartet, dass wir links hinten verstärkt werden. Ja. Sind wir eigentlich mit Boulé. Also wenn er damit nicht zufrieden ist, dann kann ich ihm auch nicht helfen. Das ist interessant. Scouting von Marco Di Cesare. Auch interessant. Haben wir auch einen super New Gen. Franzose Pejovic. Er ist definitiv nicht in unserer Preisklasse. Questa trainiert nicht gut. Was ist denn los? Dann Longo gut. Dann Renato Martins. Unser neuer. Unser New Gen Talent, der jetzt auch schon ein paar Mal gespielt hat für uns. Und Bettino, der nach wie vor super trainiert. Ich bin mal gespannt, ob aus England mal Angebote für Bettino kommen. Das würde mich irgendwie wundern, wenn nicht. Muss ich schon sagen. Sekiri kann Vereinsgeschichte schreiben. Rekorddauerschützer werden. 30 Mal genetzt. Bisher. Und 32 ist der Rekord. Von Branko Strupa. Strupa aus dem Jahr 1994. Also das wäre ein echt heftiger Rekord. Muss man sagen. Wir haben eine Option bei ihm. Die ziehen wir gleich. Dann könnte es sein, dass sich der Marktwirt vielleicht auch ein bisschen noch nach oben drückt. Alter, ist das nervig. Ich akzeptiere das Verschieben wieder mal. Vielleicht kriegen sie jetzt eh noch Geld rein. Aber ich habe so das Gefühl, dass der Wechsel dann abgesackt wird. Das heißt, die Frage, ob wir Bonzo Bar vielleicht noch verleihen sollen. Im Vergleich Wäre das vielleicht auch nicht so uninteressant. So als Backup für uns wird er halt nicht viel spielen. Gut, wir erhalten nochmal 300.000 aus dem Radovanowitsch-Deal. Sehr schön. Das nehme ich natürlich gerne. Gut. 4 Spieler könnte man verfügbar machen für die U18. Sollten wir das machen? Das ist die Frage. Tom Trevé könnte man eigentlich immer verfügbar machen. Renato Martins werden wir jetzt eventuell brauchen, weil uns die Flügelspiele ausgehen. Genauso wie Kurimbana. So, das lehnen wir ab. Und da haben wir ein Angebot für Bonzo Bar. Die zahlen aber bei weitem nicht genug Gehalt. Also das müssen es leider. Damit sind sie natürlich dann nicht so glücklich. So, Fandeford verpflichtet. Das heißt, wir haben da jetzt auch nochmal bekommen 141.000 für unseren Ex-Keeper. Ganz vergessen, dass der auch da war. Wahnsinn eigentlich. Diese Jugendabteilung von Kenk. Gut, also. Paolo ist fit. Der war ja auch ein bisschen angeschlagen. Der Cressant kann auch spielen. Das heißt, es fehlt jetzt nur Visconti. Den könnte man theoretisch mit Bonzo Bar ersetzen. Aber ich würde ihn sogar Kurimbana mitnehmen, weil der eben auch ein guter Stürmer-Backup ist. Dann nehmen wir vielleicht Touré statt Martins mit. Den hätte ich jetzt dann durchaus verfügbar machen können für die U18. Und ich nehme den Pereira mit in der Innenverteidigung für oder statt McKenzie. Es ist echt schade, dass die Bank nur so klein besetzt werden kann, weil wir hätten hier echt viele mehr Spieler noch. Dann schauen wir vielleicht die paar Minuten, die wir noch haben. Wechseln wir euch nicht sonst. Die Probespieler an. Ismail K. Torhüter aus dem Senegal. Uninteressant. Probetraining abbrechen. Da sind wir einfach zu weit weg von unserem Niveau. Jördal. Das ist der Norweger. Der ist super interessant für die Breite bei uns. Der würde uns schon ordentlich verstärken. Schauen wir mal, was sich da noch tut. Quintana. Da sind wir der FC Gröningen, das interessiert. Finde ich. Hat eine super Zielstrebigkeit. Von daher könnte ich mir durchaus vorstellen, den zu holen. Aber der Bericht sagt eigentlich nichts wirklich Schlechtes. Also da würde ich jetzt vielleicht mal mit ihm reden. Ah, der will wenig Geld. Fast jetzt haben wir zumindest einen längeren Vertrag raus. Handeln können. Der wollte nur einen kurzen. Respektiv Spieler. Und wir werden versuchen, ihn zu verleihen gleich mal. Jetzt reichen wir das alles raus. Probier vier Jahre. Und dann unterschreibt er vier Jahre. Ist auch geil. Gut. Ramirez. Auch da wissen wir nicht so richtig, wie viel Potenzial er noch hat. Ich finde, dass der mental jetzt schon richtig gut ist. Rio Aves interessiert. Das wäre auch durchaus einer, wenn er günstig ist, dass man ihn sich holen kann. Und der ist günstig. Ich würde den mal nur für zwei Jahre nehmen, weil bei dem bin ich mir nicht ganz so sicher. Der ist ein bisschen schwächer als der andere, habe ich das Gefühl. So, und dann haben wir noch Munoz. Gut, der ist uninteressant. Den werden wir mal rausstreichen. So. Ups, zum Spiel wollte ich noch nicht. Das machen wir dann im nächsten Part. Vielen Dank fürs Einschalten. Also tolles Spiel, muss man ganz ehrlich sagen. Bin ich sehr froh damit. Und jetzt müssen wir schauen, dass wir natürlich weitermachen. Dass wir ein bisschen unseren Lauf fortsetzen können. Und da einfach richtig abliefern. Und dann freue ich mich auf sehr erfolgreiche Monate mit euch. Bis bald. Danke. Ciao.